Mit seinem Maverick Trial 800 und 1000 schickt der Canem Hersteller BRP ein Side-by-Side ins Rennen, das mit einer Breite von 50 Zoll bzw. 127 cm auf nordamerikanischen Offroad-Wegen gefahren werden darf. Bei uns in der alten Welt dürften sich damit vielfältigere Einsatzmöglichkeiten ergeben, als mit den breiten Spaßmacher-Vehikeln der Maverick X3-Baureihen. Für den Einsatz auf Offroad-Wegen verfügt der Maverick Trial über hochpositionierte Lufteinlässe für den Motor-Ansaugtrakt sowie für die Kühlung der CVT-Variomatik. Den Maverick Trial gibt es mit 51 PS starkem 800er und 75 PS starkem 1000er Zweizylindertriebwerk. Beide Aggregate werden, selbstredend, vom BRP-eigenen Motoren-Spezialisten Rotax im österreichischen Gunzkirchen produziert. Der kleinere Maverick Trial wird serienmäßig mit Netzen, der große mit Hartschalen-Halbtüren ausgeliefert. Für Stabilität sorgt eine Gewichtsverteilung von 42% auf der Vorder- und 58% auf der Hinterachse. Neben einem sperrbaren Vorderachs-Differential ist auch ein Sperr-Diff an der Hinterachse serienmäßig und ab Modelljahr 2019 ist das Side-by-Side in Europa mit ABS- und Traktorstraßenzulassung mit voller Leistung erhältlich. Abgesehen vom eingebauten Fun-Faktor bietet der Maverick Trial auch respektablen Nutzwert. Auf seiner Kipp-Ladefläche lässt sich eine Nutzlast von 136 Kilo transportieren. Außerdem zieht das Fahrzeug Anhänger bis zu einem Gewicht von 680 Kilo. Für ordentliche Reichweite sorgt ein 38-Liter-Tank. Seine Preise beginnen bei 13.699 Euro im VK.